Max Broth war ein deutschsprachiger Schriftsteller, Theater- und Musikkritiker. Sein einst erfolgreiches literarisches Werk ist heute weitgehend unbeachtet. Bedeutungsvoll sind seine Verdienste um den Erhalt der Werke des Schriftstellers Franz Kafka als deren Herausgeber, Bearbeiter und Interpret. Darüber hinaus war Broth Förderer der Komponisten Leos Janacek und Jaromir Weinberger. Er gilt auch als Entdecker des Dichters Franz Werfel. Leben. Max Broth wurde als Sohn eines Prager Bankbeamten geboren. Von seiner Mutter ist nur bekannt, dass sie psychische Probleme mit den Kennzeichen einer Depression gehabt haben soll. Vater und Mutter waren begeisterte Opernfreunde. Sein Vater schätzte unter anderem die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner und Sankt zu Hause Opernarien. Die Mutter soll von Giuseppe Ferdis La Traviata beeindruckt gewesen sein. Max Broth, sein Bruder Otto Broth und seine Schwester Sophie wuchsen in kultiviert bürgerlicher Atmosphäre in Prag auf. Max Broth war Absolvent des Stephans Gymnasiums in Prag. Nahm anschließend an der Deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag ein Jurastudium auf und promovierte dort 1907 zum Doktor der Rechtswissenschaften. Er trat in die Akademische Landsmannschaft Herzynia zu Prag ein eine Studentenverbindung, die von 1871 bis 1939 bestand und als alte Prager Landsmannschaft Herzynia im CC zu Frankfurt am Main heute weiter besteht. Während der Studienzeit begegnete Max Broth am 23. Oktober 1902 in der Prager Lese- und Redehalle der deutschen Studenten Franz Kafka, als dieser dort einen Vortrag über Arthurs Kopenhauer hielt. Eine lebenslange Freundschaft begann, über deren Beginn in einer Publikation von Max Broth folgendes überliefert ist. Nach diesem Vortrag begleitete mich Kafka, der um ein Jahr ältere, nach Hause. Er pflegte an allen Sitzungen der »Sektion« teilzunehmen, doch hatten wir einander bis dahin kaum beachtet. Es wäre auch schwer gewesen, ihn zu bemerken, der so selten das Wort ergriff und dessen äußeres Wesen überhaupt eine tiefe Unauffälligkeit war. Sogar seine eleganten, meist dunkelblauen Anzüge waren unauffällig und zurückhaltend wie er. Damals aber scheint ihn etwas an mir angezogen zu haben, er war aufgeschlossener als sonst. Allerdings fing das entlose Heimbegleitgespräch mit starkem Widerspruch gegen meine allzu groben Formulierungen an. Max Broth und Franz Kafka trafen sich fortan häufig, oft täglich, und blieben bis zu Kafkas tot befreundet. Franz Kafka war öfter Gast im Elternhaus der Brots und lernte dort 1912 seine spätere Freundin und Verlobte Felice Bauer kennen, die eine Cousine von Brotsschwager Max Friedmann war. Zusammen mit Brots engem Freund Felix Weltsch und Franz Kafka bildeten sie die sogenannte »Prager Schule«. Nach der Promotion zum Dr. Juer, 1907, wurde Broth zunächst Justiz-, Finanz-, Post- und Versicherungsbeamter, dann Theater- und Musikkritiker sowie Feuilltor-Redakteur beim »Prager Tagblatt«. Er emigrierte 1939 nach Palästina und war bis zu seinem Tod 1968 Dramaturg des Habima-Theaters im Telefon erwiv. Beginn der literarischen Karriere bereits mit 24 Jahren veröffentlichte Broth als viertes Buch den Roman »Schloss Norne Püge«, der vor allem in Berliner Literaturkreisen enthusiastisch als Meisterwerk des Expressionismus gefeiert wurde. Durch dieses und weitere Werke wurde Broth zu einer bekannten Persönlichkeit der deutschsprachigen Literatur. Er förderte mit Erfolg Schriftsteller und Musiker. Zu den von Broth Protegierten gehörte unter anderem der Dichter Franz Werfel, den er bereits 1910 mit einer Gedichtvorlesung in Berlin der Öffentlichkeit bekannt machte, sich mit diesem aber später zeitweise überwarf. Als Werfel begann sich vom Judentum loszulösen und sich dem Christentum zuwandte. Auch mit dem von der jüdischen Religion zum römisch-katholischen Glauben konvertierten Publizisten und Schriftsteller Karl Krauss hatte Broth darüber. Auseinandersetzungen Max Broth war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg von einem Indifferenten zu einem bewussten Anhänger des Judentums und aktiven Vertreter des Zionismus geworden. Er verstand Angehörige der Glaubensgemeinschaft der Juden in erster Linie als Angehörige einer Errasse und Herkunft und lehnte daher Assimilierung und Meschinen mit Angehörigen anderer Religionen entschieden ab. Seine Werke veröffentlichte er seit 1912 im Kurt-Wolf-Verlag, Entdecker und Mentor. Der von Johannes Urzidel als ungemein vielseitiger Poetardoktus bezeichnete Max Broth, der auch als Übersetzer, Komponist und Publizist tätig war und mehrere umfangreiche philosophische Werke veröffentlichte, trug unter anderem dazu bei, das Jaroslav H6 Weltkriegssatire der brave Soldatschweg auf Berliner Bühnen gespielt und der tschechische Autor dadurch im Ausland populär wurde. Max Broth nimmt auch einen ehrenvollen Platz in der Musikgeschichte ein. Er verfasste in Zusammenarbeit mit dem märischen Komponisten Leos Janacek deutschsprachige Liberty für dessen Opern und verhalf ihm damit zum Durchbruch auf den internationalen Opernbühnen. Aufführungen in tschechischer Sprache fanden damals außerhalb der Länder der böhmischen Krone kein Publikum und selbst in Prag waren sie keineswegs selbstverständlich. Broth meisterte die schwierige Aufgabe, seinen Text in Einklang zu bringen mit einer Musik, die ganz auf der Sprachmelodie des Tschechischen basierte. Dies erforderte Zugeständnisse und Anpassung des Komponisten, so dass zum Beispiel die deutschsprachige Jenufa nicht notengetreu mit dem tschechischen Operntext übereinstimmt. Außer Jenufa übersetzte Broth die Liberty zu den Opern Katja Kabanova, Das schlaue Füchslein, Die Sache Makropulos und Aus einem Totenhaus. Außerdem trug Broth durch zahlreiche Veröffentlichungen und eine erste Biografie zum allmählich einsetzenden Rumjanaceks bei. Er machte auch seinen Einfluss geltend, um Aufführungen der damals avantgardistischen Werke an europäischen Opernhäusern durchzusetzen. Vor allem aber wurde Max Broth zum entscheidenden Förderer und Mentor der Werke von Franz Kafka. Broth versuchte den an seiner Begabung zweifelnden Kafka in dessen literarischen Bestrebungen zu unterstützen und drängte ihn, seine Arbeiten zu veröffentlichen. Es ist wahrscheinlich, Broth zu verdanken, dass Kafka anfing, ein Tagebuch zu führen. Zwar verabredeten sie auch gemeinsame literarische Projekte, doch diese verwirklichten sich aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweise der beiden Autoren nicht. Auch nach seiner Heirate mit Elsa Taussig im Jahr 1913 blieb Broth der engste Freund und Bewunderer Kafkas. Er stand diesem in seinen Lebenskrisen bei, wobei Broth andererseits auch bei eigenen Problemen öfter Rat und Hilfe bei Kafka suchte und fand. 1913 nahm Broth auch Franz Kafka in das von ihm herausgegebene Jahrbuch für Dichtkunst-Arkadier auf. Dazu schrieb das Berliner Tageblatt in seiner Ausgabe vom 29. April 1914 Zwei Talente aus dem jüngeren Jahrgang sind Franz Kafka und Heinrich. Eduard Jakob. Beide gegeneinander auszuspielen ist ein Unding. Größere Gegensätze in der Formulierung des Ethischen gibt es kaum. Aber jeder leistet auf seinem Gebiet Erstaunliches. Nach dem Ersten Weltkrieg Als nach dem Krieg 1918 die Monarchie Österreich-Ungarn auseinanderfiel und sich die Tschechoslowakei konstituierte, wurde Broth kurzfristig Vizepräsident des Jüdischen Nationalrates. Nachdem Broth seine Tätigkeit als Beamter im Postdienst in Prag aufgegeben hatte, arbeitete er als Kunstkritiker und freier Autor. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei setzte ihn 1933, als sie die Macht bis Mai 1945 in Berlin übernommen hatte. Auf ihrer Liste der verbrannten Bücher 1933 und Max Broth stand auf deren Liste verbotener Autoren während der Zeit des Nationalsozialismus. In dieser Zeit nahm Broth als Redakteur am Prager Tagblatt von exilierten deutschen Journalisten und Schriftstellern zahlreiche Artikel und Kurzgeschichten an, obwohl ihm klar war, dass er sie niemals alle veröffentlichen konnte. Die bar ausgezahlten Honorare, auch wenn es geringe Beträge waren, bedeuteten für viele Immigranten eine wichtige Überbrückungshilfe. Eine Zeit lang arbeitete auch die Autorin Maria Treben für ihn. Am Abend vor der deutschen Besetzung Prags am 15. März 1939 emigrierte Broth zusammen mit Felix Weltsch im letzten freien Flüchtlingszug nach Palästina. Broth als Nachlassverwalter Franz Kafkas. Kafka starb 1924 im niederösterreichischen Sanatorium Kierling und hatte letztwillig verfügt, alle seine literarischen Aufzeichnungen zu vernichten und Max Broth als Nachlassverwalter eingesetzt. Broth setzte sich über dessen letzten Willen hinweg, da er glaubte, die angeordnete Vernichtung von Franz Kafkas Manuskripten kulturell nicht verantworten zu können und diese weiter veröffentlichen wollte. Dies führt bis heute zu Auseinandersetzungen um das berühmte und lukrative Erbe. Max Broth soll sich verpflichtet gefühlt haben, die literarische Welt aufleben und denken Kafkas aufmerksam zu machen. Denn er als den größten Dichter unserer Zeit, nämlich des 20. Jahrhunderts, rühmte. Bereits 1925 begann Max Broth mit der Veröffentlichung der Romanfragmente Kafkas. In den 30er Jahren folgten eine sechsbändige Werkhausgabe und eine Biografie Kafkas. In zahlreichen Veröffentlichungen wehrte sich Broth gegen eine von ihm als einseitig angesehene Interpretation der Werke Kafkas, die zu der Kennzeichnung Kafkaisg für bestimmte Sachverhalte geführt, hat bis zum Tod. Max Broth wandte sich unter dem Einfluss Martin Bubas früh dem Zionismus zu. Dies war neben seiner jüdischen Religion und den einsetzenden Verfolgungen durch die Nationalsozialisten nach 1933 einer der Gründe, Warum er 1939 nach Palästina flow, als die deutsche Wehrmacht im März 1939 die restlichen Gebiete der Tschechoslowakei besetzte und bis Mai 1945 das Protektorat Böhmen und Meeren bestand. Sein Bruder, der Schriftsteller Otto Broth, wurde 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt und 1944 nach Auschwitz deportiert, wo er in der Gaskammer ermordet wurde. Als Max Broth nach dem Krieg vom Schicksal seines Bruders erfuhr, gab ihm das den Anstoß, sich wieder mit theologischen Themen zu beschäftigen. Vor allem die Fragen, erste die Seele unsterblich? Und, wie lässt sich das Leiden der Welt mit dem Glauben an einen allmächtigen und allgütigen Gott vereinbaren? Teilt er mit weiteren Glaubensgemeinschaften und Religionen? Von 1938 bis 1947 hat Max Broth fast nichts publiziert. Das Geschehen im Zweiten Weltkrieg und der Tod seiner Frau 1942 hatten seine Kräfte gelähmt. Sehr wichtig war in dieser Zeit für ihn die enge Freundschaft zu Felix Weltsch in Jerusalem, die sich durch hunderte Briefe ausdrückte. Dessen Freundschaft zu Broth hielt von der Piaristenschule bis zum Tod der Weltsch 75 Jahre. In Telefon-Aviv arbeitete und lebte Max Broth bis zu seinem Tod im Jahre 1968 als freier Autor, Journalist und Dramaturg am National Theater Habima. Seinen Nachlass und damit auch einen Teil des Nachlasses von Franz Kafka verwaltete, zum Teil kritisiert und beargwöhnt. Nach seinem Tod seine ehemalige Sekretärin und Lebensgefährtin Esther Hoffe. Es besteht Uneinigkeit darüber, ob deren Töchter als ihre Erbinnen das Recht hätten, diesen Nachlass dem Deutschen Literaturarchiv Mabach zu verkaufen oder ob es sich dabei um nationales Kulturgut handele. Dass in Israel verbleiben müsse, ein diesbezügliches, noch nicht veröffentlichtes Gericht zu erteilen, Er ging im Herbst 2012. Der Musiker und Komponist Broth hatte neben Jura auch Musikwissenschaft, Komposition und Klavier studiert und war ein ausgezeichneter Pianist. Als Komponist war er bis in die 1950er Jahre aktiv, wobei er im Wesentlichen kammermusikalische Werke schuf, darunter allein 14 Liederzyklen. Sein Kompositionslehrer war ein Schüler von Antonin Deforak, dessen Musik sein Schaffen deutlich prägte. Erst später in den 1940er Jahren zeigten sich in seinen Kompositionen Einflüsse der zeitgenössischen Musik. Auch hinterließ die israelische Folklore ihre Spuren in seinem Werk Anerkennung. Im Jahr 1965 erhielt Max Broth die Ehrengabe der Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V. in Düsseldorf und 1973 wurde in Wien Herrn als die Max-Brot-Gasse nach ihm benannt. Werke, Literarische Schriften, Tod den Toten, Schloss, Nonne Pügge, Roman 1908, Ein tschechisches Dienstmädchen, Die Erziehung zur Hethere, Jüdinnen, Weiberwirtschaft, Novell 1913, Darin, August Nachreiters Attentat, Paul Franke, Bellino, J., Anschauung und Begriff, Die Höhe des Gefühls, Ein Kampf um Wahrheit, Türko-Brahls Weg zu Gott, Räubeni, Fürst der Juden, Galilie in Gefangenschaft, Das große Wagnis, Roman, Wolf, Leipzig 1918, Leben mit einer Göttin, Kurt Wolf Verlag, Die Frau, nach der man sich sehnt, Die Frau, die nicht enttäuscht, Heinrich-Heine bei aller D. Lange, Amsterdam und T. P. Tal, Wien, Novellen aus Böhmen, Annal, Anembo, Der Meister, Beinahe ein Vorzugsschüler oder Pistachi, Das Schlossdrama nach Franz Kafka, Armer Cicero, Rebellische Herzen, Prager Tagblatt, Mira, Jugend im Nebel, Streitbares Leben, Die Rosenkoralle, ein Prager Roman, Die verkaufte Braut, Der abenteuerliche Lebensroman des Textdichters Karel Sabina Bechtlund München-Esslingen 1962 Punkt Ausgewählte Werke Herausgegeben von Hans-Gerd Koch und Hans-Sieter Zimmermann in Zusammenarbeit mit Barbora Zramkova und Norbert Mela Arnold Bier Das Schicksal eines Juden Roman und andere Prosa aus den Jahren 1909 bis 1913 Mit einem Vorwort von Peter Demetz Wallstein, Göttingen 2013 ISBN 9783835312685 Jüdinnen und andere Prosa aus den Jahren 1906 bis 1916 Mit einem Vorwort von Alena Wagner-Owa Wallstein, Göttingen 2013 ISBN 978383531193 0 Die Frau nach der man sich sehnt Roman Mit einem Vorwort von Franz Hessel Wallstein, Göttingen 2013 ISBN 9783835313333 0 Tycobras Weg zu Gott Roman Mit einem Vorwort von Stefan Zweig Wallstein Verlag Göttingen 2013 ISBN 9783835313347 Stefan Rott oder das Jahr der Entscheidung Roman Mit einem Vorwort von Jewat Karahassan Wallstein Verlag Göttingen 2014 ISBN 9783835313378 Über die Schönheit hässlicher Bilder Essays zu Kunst und Ästhetik Mit einem Vorwort von Lothar Müller Wallstein Verlag Göttingen 2014 ISBN 97838353133 0 1-3-4-2-2 Der Sommer den Mann zurückwünscht Beinahe ein Vorzugsschüler Romane Mit einem Vorwort von Sigrid Brunk Wallstein Verlag Göttingen 2014 ISBN 9783835313385 Prager Tagblatt Roman einer Redaktion Mit einem Vorwort von Thomas Steinfeld Wallstein Verlag Göttingen 2014 ISBN 9783835313385 3-3-3-3-3-9-2 Heinrich Heine Biografie Mit einem Vorwort von Anne Weber Wallstein Verlag Göttingen 2015 ISBN 9783835313408 Abhandlungen über die Schönheit hässlicher Bilder Heidentum, Christentum und Judentum Sternenhimmel Musik und Theatererlebnisse Leos Janacek Leben und Werk Heinrich Heine Rassentheorie und Judentum Mit einem Anhang über den Nationalhumanismus von F. Welsch Franz Kafka Diesseits und Jenseits Von der Krisis der Seelen und vom Weltbildes der neuen Naturwissenschaft Von der Unsterblichkeit der Seele, der Gerechtigkeit Gottes und einer neuen Politik Israels Musik Streitbares Leben Johannes Reuchlin und sein Kampf Der Pragerkreis Zu Franz Kafka Der Dichter Franz Kafka Franz Kafka Franz Kafka's Nachlass Franz Kafka und Max Bruth in ihren Doppelberufen Franz Kafka's Grunderlebnis Aus Franz Kafka's Kindertagen Franz Kafka's Glaubensposition Franz Kafka Eine Biografie Das Jüdische in Franz Kafka Franz Kafka's Glauben und Lehre Wiederveröffentlichung erweitert um Vor- und Nachworte von Felix Welch und H. D. Zimmermann Onomato Verlag Düsseldorf 2011 ISBN 978393951922 Franz Kafka als wegweisende Gestalt Wiederveröffentlichung Onomato Düsseldorf 2011 ISBN 9783942864022 Ermordung einer Puppe namens Franz Kafka Verzweiflung und Erlösung im Werke Franz Kafkas Deutschsprachige Libretti zu Leos Janáček's Opern Jenufa 1918 Katja Kabanova 1922 Das schlaue Füchslein 1925 Die Sache Makropoulos 1926 Aus einem Totenhaus 1930 zu Hans Kasa Verlobung im Traum Oper in zwei Akten 1928 bis 1930 Text nach Fjodor Mikhailovich Dostoyevsky's Novelle Onkelchens Traum von Rudolf Fuchs und Rudolf Thomas Text zum Couplet Traum in der Billardpartie von Brot zu Manfred Gorlitnerner Oper in vier Akten Text nach dem gleichnamigen Roman von Emile Solar Punkt Musikkritiken im Prager Tag Blat Janáček und andere Essays 1924 bis 1938 Herausgegeben von Robert Schmidt-Schäubel Konsorses Die Berlin 2013 ISBN 9783937416311 T runnest von один von vier Akten Monate eins Vielen Dank.